In diesem Jahr geben wir dem Thema digitale Transformation auf der ZIBIT eine Bühne, das Transforum. Und im Transforum haben wir Gäste von unseren Kunden und unseren Partnern. Und zwar werden wir dort mit Vorständen darüber diskutieren, wie die digitale Transformation funktionieren kann, was man dafür braucht, was die Herausforderungen sind. Und dazu haben wir zwei verschiedene Formate. Es gibt einen Press- und CEO-Talk und es gibt einen Trend- und CIO-Talk. Das heißt, wir werden die Geschäftsführungsebenen auf der Bühne haben und zusammen mit unseren Gästen dann live diskutieren, wie die digitale Transformation gelingt.